lecker lecker so heute geht es um vier säulen der mitte schon den förderung mitte schon in pflege die vier säulen sind ernährung entgiftung der darm immunsystem und anders so fangen wir direkt an ich will das video wirklich nicht zu lang gestalten ernährung teile ich auf in zwei abteilungen die feinstoffliche ernährung das was wir uns letztendlich sagt das seelen futter ja gutes tun ja wir sind so sehr geprägt im handeln machen tun männliches prinzip aber das weibliche prinzip einfach mal empfangen loslassen genießen nichts tun wer kann denn noch sich selber aushalten im nichts tun aber ich muss ja deshalb ist urlaub für viele so eine katastrophe ja die ernährung feinstofflich stofflich schauen wir uns die stoffliche ernährung an es ist mittlerweile schon etwas schwierig geworden sich eine gute vitalstoffreiche ernährung zu besorgen das sehe ich so aber es gibt so viele schöne dinge in der natur die übrigens auch kostenlos sind und für mich ist ernährung nicht die nicht die frage in welche ernährungsform möchte ich jemand hineinpressen veganer vegetarier rohköstler frutarier nur die schweinefleisch esser welche diätformen ist alles so gibt das alles ist nicht mein ding sondern ernährung ist etwas was mit bewusstsein zu tun hat für mich ist ernährung wirklich nicht ob ich jetzt heute mal etwas schweinefleisch esse was ich nicht tue mit einer ausnahme sondern mit welchem gefühl es sich etwas das ist ganz wichtig werde ich sicherlich bearbeiten zweite thema entgiftung ja es ist ein großes thema ja ich weiß dass es auch ein bisschen kritisch betrachtet wird aber wir menschen sind in einer umwelt die zunehmend giftiger geworden ist das ist so und wir haben auch entgiftungsmechanismen aber das was zunehmend auf uns hineinströmt durch industriegifte umweltgifte gifte in der ernährung medikamente impfungen von oben von unten von der seite von vorne von hinten wo auch immer kosmetika natürlich also die die menge ist sehr viel und wenn wir nur auf die gifte gucken dann können wir fast depressiv werden aber es gibt eine zweite seite die entgiftung und das ist ein schönes thema weil der organismus funktioniert besser wenn er entgiftet ist das wissen die die mal fasten gemacht haben aber um auf den dänen den schwung zur mittel schon in auch zu kriegen mit schon sind die entgifter aber sie sind auch sehr anfällig für gifte ja also funktionieren nicht so gut wenn solche viele schwermetalle in unserem organismus sind und sie sind drin ich mache messungen und die stoffliche messungen und ich weiß sehr viel dass zum beispiel aluminium ein zunehmendes thema ist quecksilber sowieso blei ja auch früher noch die alten blei also das bleihaltige benzin das haben wir noch in den knochen deshalb sind bei manchen die knochen schwer wie blei ja das kommt ja nicht von ungefähr dieser dieser spruch des volksbundes ja entgiftung auch ein unglaublich schönes thema man kann sehr viel sehr 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 viel naturkundliches machen das werde ich euch rüberbringen ich möchte nicht mein wissen sozusagen für mich behalten und dann sagen menschenskinder da machen wir jetzt diese und diese und diese medizinische therapie sondern es gibt einfach dinge die du ja dann auch selber sehr leicht umsetzen kannst dritte thema der darm darm das rohr was hier paar meter lang von augen beginnt darm beginnt umzieher und an der lippen und ausgang ist hinten halt dem des damals ist da wo es auch wirklich rauskommt und wir nehmen uns noch niemals viel zeit um wirklich in ruhe entspannt auf die toilette zu gehen und bei vielen menschen ich fragte und mache also fragen die müssen schon das fenster aufmachen weil die gerüche dann doch sehr unangenehm sind eine verdauung sollte nicht riechen sie sollte so rauskommen dass man gar nicht sich anstrengen muss und letztendlich sollte man kein toilettenpapier benutzen brauchen wer kann das schon von sich sagen also im darm liegt auch gesundheit und tod ein chinesisches sprichwort das stimmt dass sich absolut genauso und der damen sich dem hinzuwenden macht auch sehr viel spaß weil du kannst auch wieder selber so viel machen und das vierte ist immunsystem und andere themen also das fasse ich jetzt mal so grob ein das immunsystem ist kein organ sondern das ist für mich ein system in unserem organismus system was die integrität des gesamten organismus bewahrten integrität ist natürlich auch das was von außen auf uns einströmt und was auch innen passiert das ist für mich die rolle des immunsystems das immunsystem hat verschieden auch da wiederum verschiedene säulen die mitte schon spielen eine sehr große rolle im immunsystem der darm spielt eine große rolle im immunsystem die ernährung spielt eine große rolle im immunsystem und die gifte und entgiftung spielt auch wiederum ein groß eine große rolle im immunsystem du siehst meine vier sollen sind nicht isoliert zu betrachten ja sondern sie sind kybernetisch vernetzt alles auch in unserem organismus bewirkt sich gegenseitig es ist völlig klar und die schöne ist wenn wir stellschrauben verändern also wenn wir an einer säule etwas tolles machen und es verbessern immer ein darm du hast die darm funktion wirklich deutlich verbessert dann hat das auch rückwirkungen auf andere abteilungen dieser säule weil alles hängt miteinander zusammen ja immunsystem ein anderes beispiel für sonstiges ist zum beispiel die zähne ich arbeite ja mit einem ganzheitlichen wirklich ganz ganz ganzheitlichen zahnarzt zusammen das ist eine wunderschöne zusammenarbeit in meinem berufsleben und da ist das thema der gifte in den zahnfüllungen wir machen messungen ob menschen die 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 kleber überhaupt vertragen ob sie die die materialien vertragen das amalgam wie wird das ausgeschieden aus entfernt ist wird kommen natürlich nicht da herein das sind themen die ich auch hier euch sicherlich im internet vorstellen werde immer bei den zählen sind wir bei der halswirbelsäule es wird kein zahnabdruck gemacht der bevor nicht der der patient der mensch in der wirbelsäule gerade gerichtet ist von im haus befindlichen physiotherapeuten das ist wirklich wunderbar und wir sind wir bei der halswirbelsäule bin ich bei einem wirklich ganz tollen arzt dr koklinski der literatur der viel geschrieben hat hbs syndrom die erkenntnis stammt von ihm dass wir hier in der halswirbelsäule vor allem in der oberen halswirbelsäule häufig sehr problematische störfelder haben die eine sogenannte nitrosativen stress erzeugung das ist mittel schon in der mitte schon bedingt und dieser stress der dort entsteht hat auswirkungen auf den gesamten organismus auch da sieht man wieder vernetzung hier ursache auswirkungen im gehirn oder im organismus und das ist einfach so faszinierend zu sehen dass wir nicht irgendwelche nur kleinen dinge hier betrachten betrachten wir die mitte schon denn dann betrachten wir den gesamten organismus und eigentlich auch das feinstoffliche ja das war's für heute ich wollte es kurz und prägnant machen das gelingt mir immer mehr und darauf hinweisen muss ich dass ich hier keine medizinische therapie mache es kommen immer mehr anfangen ich kann es nicht machen ich darf es nicht machen und ich werde es nicht machen und ein wichtiger hinweis wenn du krank bist geh bitte zum therapeuten deiner wahl arzt oder heilpraktiker ja das ist mir ein anliegen weil ich kann hier keine verantwortung übernehmen für deine gesundheit und für deine krankheit ich kann informationen geben wie sozusagen ein buch was du liest aber mehr geht nicht so und zum schluss möchte ich darauf hinweisen meine facebook seite wird immer aktiver ganz herzlichen dank für die schon wirklich sehr vielen likes der mitte schon in doctor durchgeschrieben und die webseite wird gerade neu relauncht wie das so schön heißt ja es wird ein blog ich werde immer mehr in richtung blog schreiben und die dinge werden dort auch übrigens vernetzt facebook youtube und webseite und meine bitte oder es wäre sicherlich sinnvoll du schreibst dich zum newsletter ein dann bekommst du die dinge die ich sozusagen immer wieder veröffentliche publiziere meine gedanken meine dinge die ich weiß bekommst du auf den tisch präsentiert das macht sinn und das macht spaß und ich sage deshalb tschüss euer mitte schon den dr passt auf euer mitte schon dann Untertitelung des ZDF, 2020